Liebe Besucher, herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hölscher und ich bin heute hier, um ihm im Rahmen von Arztpraxis der Zukunft zwei Produkte vorzustellen aus unserem Portfolio, die ihn nach meiner Einschätzung durchaus die Arbeit in der Arztpraxis erleichtern können. Schauen wir mit dem ersten Produkt. Es handelt sich hier um das CGM Signaturpad, einfach digital unterschreiben. Sie alle kennen sicherlich die Situation seit Einführung der CSGVO in Bezug auf Einwilligungserklärungen, die Sie in irgendeiner Art und Weise von Patienten einholen und archivieren müssen. Ich möchte Ihnen jetzt hier einige Dinge zeigen. Einmal allgemeine Informationen zum Produkt mitgeben, die Funktionen und den Einsatzbereich beschreiben. Dann will ich es Ihnen gerne einmal live zeigen auch. Und die weiteren Themen sind natürlich dann die Installation, Konfigurationen in der Praxis und natürlich auch die Preise. Hier das Beispiel, das Sie sicherlich kennen, wenn Sie diesen Vorgang noch nicht digitalisiert haben. Einwilligungserklärung von Patienten. Sie drucken die heute irgendwie aus oder haben die vorgefertigt vorliegen, übergeben Sie dem Patienten. Dieser füllt die entsprechende Einwilligungserklärung aus. Das produziert jede Menge Papier in Ihrer Praxis, das verwaltet werden will und muss. Das kann man natürlich in Ordnern ablegen, vor allem säuberlich nach Namen sortiert oder nach Datum oder welchem Ordnungskriterium auch immer. Oder die Alternative ist es, Sie nehmen es dann, scannen es ein und legen es im Turbomet ab. Das ist ja durchaus ein Vorgang, den Sie heute schon an der Stelle machen können. Mit dem Produkt Turbomet Signaturpad wollen wir verschiedene Prozessschritte komplett überflüssig machen. Wir wollen, dass Sie nicht mehr drucken müssen. Wir wollen, dass Sie kein Papier mehr erzeugen und wir möchten auch, dass der Scan-Vorgang quasi in der Praxis komplett entfällt. Wie funktioniert das? Indem wir ein Stück Habwehr benutzen, nämlich ein solches Signaturpad. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Baumarkt oder keine Ahnung von Ikea aus dem Möbelhaus, wo Sie zum Abschluss Ihre Zahlung unterschreiben. So ähnlich dürfen Sie sich dieses Produkt jetzt auch vorstellen. Es ist nur etwas größer. Und Turbomet ist in der Lage, dieses Produkt komplett mit einer Einwilligungserklärung, also im individuellen Muster für Ihre Praxis, dieses dort anzuzeigen, sodass der Patient es direkt dort durchlesen kann. Er kann es unterschreiben und bestätigen und das Ganze wird in Turbomet ablegt. Wie sieht das Ganze nun in der Praxis aus? Wir haben dazu mal ein kleines Video vorbereitet und aufgezeichnet. Hier sehen Sie ein Modellaufbau. Im Normalfall würde ja das Signaturpad jetzt vorne am Tresen bzw. an der Anmeldung in die Richtung des Patienten gerichtet sein und dort stehen. Also nicht so in der Anordnung wie hier und wäre dann auch mit dem PC eine Anmeldung vorne verbunden. In Turbomet selber starten Sie dann über den Button Einwilligungserklärung den entsprechenden Dialog. Das sieht man jetzt hier. Man kann da entsprechende Vorlagen hinterlegen und man klickt dann einfach nur auf Signatur und es wird in dem Moment die Signatursoftware gestartet, die dann individuell die Daten des Patienten einfügt. Das sehen Sie jetzt hier schon. Marianne Musterfrau wird in das Dokument eingefügt. Dann schickt man es von dort aus auf das Signaturpad, das vorne dem Patienten zugerichtet ist und hat dann die Möglichkeit, der Patient den Inhalt zu lesen. Hier geht es jetzt um eine Einverständniserklärung. Und als nächster Schritt wird dann das Unterschriftenfeld angezeigt. Der Patient unterschreibt jetzt hier digital mit dem Stift, bestätigt das Ganze nochmal und in diesem Moment wird dann die Unterschrift in die Signatursoftware am PC zurückgespielt und von hier aus können Sie das jetzt direkt in Turbomet speichern. Das passiert jetzt in diesem Vorgang. Man markiert jetzt nochmal an, dass die Einwilligungserklärung des Patienten in Turbomet vorliegt und entsprechend wird das Icon auf dem Bildschirm dann auch gesetzt und als letzter Eintrag. In der Karteikarte des Patienten finden Sie jetzt das entsprechende Dokument, das in Form eines PDF-Dokuments abgelegt wird und auch hier jetzt die Unterschrift, die gerade geleistet worden ist, dann auch enthält. Sie können jetzt natürlich den Patienten, falls er das gerne möchte, diese Einverständniserklärung auch jederzeit aushändigen. Dazu müssen Sie es allerdings dann an der Stelle noch einmal drucken. Alternative wäre, Sie lassen es Ihnen auf einem sicheren Weg per E-Mail oder per CGM-Clickbox direkt online zukommen. Das ist schon alles und Sie haben wahrscheinlich gerade gesehen, wie schnell das geht, um wie viel Zeit Sie an dieser Stelle sparen können und was natürlich komplett empfällt, ist der Druck- und Scanvorgang, also alle manuellen Vorgänge entfallen an dieser Stelle. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Leistungsumfang. Was kann dieses Produkt an der Stelle? Sie kennen alle schon diesen Button, den Sie in Tomit auf dem Patienten-Desktop sehen, das Icon Einwilligungserklärung. Dahinter verbirgt sich ein Dialog und hier sieht man schon die Weiterentwicklung im Vergleich zu dem Video. Hier haben Sie die Möglichkeit, fünf unterschiedliche Einwilligungserklärungen, also entsprechende Mustervorlagen, die Sie selber anfertigen können in Form von Word-Dateien oder PDFs, hinterlegen und können einfach auswählen, welche Vorlage bei der Signatur verwendet werden soll. Also bis zu fünf Stück können Sie hier schon mal hinterlegen. Das reicht in den meisten Fällen aus. Die Funktionalität ist an einer weiteren Stelle in Tomit integriert, nämlich an der Stelle des Recalls. Bevor Sie Herrn Patienten daran erinnern, dass er wieder zu Ihnen zu Besuch kommt, müssen Sie eine Einverständniserklärung einholen und auch hier können wir den manuellen Vorgang dieser Einverständniserklärung durch Druck und Scan komplett digitalisieren, in der Form, dass Sie bei der Recall-Einwilligungserklärung den Button Signatur verwenden. Dann wird die entsprechend zugehörige Einverständniserklärung zusätzlich nochmal aufgerufen für den Recall. Der Patient unterschreibt und das wird in der Karteikarte abgelegt. Eine weitere Stelle gibt es und das gilt für die Funktionalität des E-Arztbriefes. Auch wenn man E-Arztbrief-Patientendaten verschickt, muss vorher der Patient entsprechend einstimmen, dass seine Daten auf diesem elektronischen Weg dann an der Stelle verarbeitet werden. Und insofern gibt es genau an dieser Stelle, bevor man einen CGM-E-Arztbrief erstellt, einmalig die Möglichkeit, die Signatur bzw. die Einverständniserklärung per Signatur, elektronischer Signatur einzuholen. So, die notwendige Hafer für dieses Produkt stellen wir nicht selber her, sondern wir bedienen uns da eines deutschen Herstellers, der Firma Stepover in Deutschland, die in Stuttgart sitzen und kaufen das Produkt an der Stelle zu. Von der Größe, damit Sie das mal in etwa einordnen können, ist das Produkt nur minimal größer als ein DIN A4-Blatt. So würden Sie das vorne an der Anmeldung dann dem Patienten zugerichtet auch aufstellen. Ein Stifthalter ist enthalten, der ist auch verbunden mit einem kleinen Band, mit dem Gerät, damit er nicht verschwindet. Das Gerät selber wird angeschlossen an den zuständigen PC per USB-Kabel, das auch mitgeliefert wird. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt oder weitere Ansichten sich wünschen, kann ich Ihnen empfehlen, sich bitte einfach mal auf die Seite www.stepover.com zu begeben. Da gibt es viele Informationen zu diesem Hardware-Produkt. So, was wäre jetzt die Vorteile und Nutzen für Sie beim Einsatz dieses Produktes in Ihrer Praxis? Ganz klar und an oberster Stelle ist die Zeitersparnis dort zu sehen. Also viele manuelle Vorgänge wie Ausdrucken, Einscannen, Ablegen oder aber auch in Ordner sortieren entfällt an dieser Stelle komplett. Das spart massiv Zeit in der Praxis an der Anmeldung vorne ein und der Vorgang wird wirklich vollständig digitalisiert. Dadurch ergeben Sie natürlich auch in gewissem Maße Kostenoptimierung, das heißt auch Ausdruck, Papier entfällt, Kosten für Drucker und Tone einfallen und so weiter. Und das ist natürlich wiederum auch gut für die Nachhaltigkeit, wenn Sie an der Stelle Papier und die Umwelt schonen. So, und natürlich spart man, wenn man bis jetzt diese ganzen Anwendungserklärungen manuell in Ordnern aufbewahrt, sparen Sie natürlich auch jede Menge Lagerraum für diese Papierhaufen beziehungsweise Ordner, in denen das dann abgelegt ist. Einen weiteren kleinen Vorteil und Nutzen möchte ich noch mitgeben. In der Zeit, wo das Produkt nicht für die Unterschrift benutzt wird, haben Sie die Möglichkeit, hat der Hersteller hier geschaffen, eine Diashow ablaufen zu lassen. Wir haben da mal so beispielhaft so ein paar Bilder eingefügt. Bis zu zehn Bilder können Sie einfügen und könnten dort zum Beispiel darauf hinweisen, dass Sie Praxisurlaub machen, wer Ihre Vertretung übernimmt oder aber auch irgendwelche Vorsorgeleistungen direkt vorne am Tresen dem Patienten während erwartet anzeigen. Das läuft also immer einem gewissen Rhythmus durch und sobald eine Unterschrift gestartet wird, beziehungsweise ein Dokument zur Signatur geschickt wird, verschwindet das dann und wird danach wieder automatisch gestartet. Das können Sie individuell gestalten. Die Software dazu ist frei verfügbar und können sich dann entsprechende Vorlagen am Fertigen und dort ablegen. So, die Installation und Konfiguration ist zwar jetzt nicht unbedingt trivial, aber auch durchaus für einen technisch versierten Anwender selber zu schaffen. Für das Turbomid selber brauchen Sie eine Modulfreischaltung. Das heißt, wir schalten Ihnen einmal die Schnittstelle zu dem Gerät frei. Dann ist genau beschrieben, was die einzelnen Schritte sind in einer Installationsanleitung, beziehungsweise wenn Sie das interessiert und die Details dazu, schauen Sie einfach mal in der Gebrauchsanweisung unter F1 unter dem Stichwort CGM Turbomid Signaturpad nach. So beschreiben wir genau die entsprechenden Installationsvorschritte. Wenn Sie sich das selber nicht zutrauen, können Sie jederzeit sich an einen Ihrer regionalen Turbomid Partner wenden. Diese sind darauf ausgebildet, das bei Ihnen in Betrieb zu nehmen und Ihnen auch gegebenenfalls Hilfestellung zu geben bei der Erstellung der Vorlagen. Das ist aus meiner Sicht nämlich der aufwendigste Teil, Ihre praxisindividuellen Vorlagen an der Stelle zu produzieren. Okay, was bleibt zum Abschluss noch, was das kostet und wo man es kriegen kann? Das Produkt selber besteht aus zwei Komponenten. Einmal einer Schnittstelle zu CGM Turbomid, die kostet einmalig 99 Euro. Eine Softwarepflege fällt da nicht an. Das brauchen Sie einmal pro Praxis, egal wie viele Signaturpads Sie in Ihrer Praxis an der Stelle verwenden. Sie können ja auch mehrere Arbeitsplätze damit ausstatten. Und dann haben wir mit dem Hersteller verhandelt und ein entsprechendes Bundle zusammengestellt zu einem, glaube ich, attraktiven Preis. Das werden Sie auch feststellen, wenn Sie die Preise mal mit der Internetseite des Herstellers vergleichen. Das Produktpaket besteht aus dem DuraSign Pad 10.0. Das ist also die Hardware, das Gerät, das ich Ihnen eben vorgestellt habe. Dazu notwendigerweise brauchen Sie eine E-Signatur Office Software. Das ist eine Softwarelizenz, die Sie dann pro Arbeitsplatz benötigen, an die das Gerät angeschlossen ist. Die ist da eingebandelt und dazu gehört noch ein USB-Kabel mit einer Länge von drei Metern. Das zusammen gibt es bei uns für, beziehungsweise bei Ihrem Vertriebs- und Servicepartner. Dort können Sie das Produkt bestellen und der kann es Ihnen dann auch liefern. Und wenn Sie möchten, auch entsprechend installieren und die Installation vornehmen. Für 498 Euro. Das ist allerdings ohne jegliche Dienstleistungskosten. Dazu fragen Sie dann bei Bedarf Ihrem Vertriebs- und Servicepartner. So, das war jetzt das erste Produkt, das ich Ihnen vorgestellt habe. Das Tobo mit Signatur Pad. Aus meiner Sicht ein sinnvolles und cooles Tool für die Praxis, um die Effizienz zu steigern. Und nun zeige ich Ihnen das nächste Produkt. Tobo mit Mobil. Tobo mit Mobil bietet Ihnen die optimale Unterstützung bei Ihrem Hausbesuch. Ist also gerichtet an alle, sage ich mal, Allgemeinmediziner, die Hausbesuche machen oder Altenheime an der Stelle besuchen. Und auch hier möchte ich Ihnen wieder einen Überblick darüber geben, was das Produkt kann. Also allgemeine Informationen dazu liefern. Die Funktionen genau beschreiben. Das Produkt einmal live zeigen und auch hier wiederum Installation und Konfiguration erwähnen, beziehungsweise zum Abschluss auch, was kostet das und wo kann ich das kaufen. Der bisherige Workflow in der Praxis kann vielleicht so aussehen, dass Sie noch mit dem Papierkalender arbeiten. An der Stelle, dort findet dann die Terminierung auch der Hausbesuche in handschriftlicher Form statt. Im Anschluss daran, so kenne ich es aus vielen Praxen, die in der Vergangenheit und vielleicht auch heute noch so arbeiten, werden dann die entsprechenden Karteikarten rausgesucht oder Informationen auf Papier, um sie mitzunehmen zum Hausbesuch, entsprechende Formulare vorbereitet, die dann per Hand ausgefüllt werden. Sie führen dann den Besuch an der Stelle durch, führen Ihre Behandlung durch, also das, was letzten Endes medizinisch notwendig ist für diesen Besuch. Im Anschluss daran dokumentieren Sie handschriftlich auf Papier all die Informationen, die Sie dann auch ins Topo mit übertragen müssen. Das muss dann in Form der Nachbereitung manuell erfolgen. So, das ist ein Workflow, den kennen Sie vielleicht so und der ist auch etabliert und funktioniert auch, gar keine Frage. Und wer das so weitermachen möchte, kann das ja auch tun. Wir haben uns als Ziel gesetzt, wir wollen Prozessschritte an dieser Stelle wieder überschlüssig machen, damit letzten Endes auch hier wieder eine Effizienzsteigerung stattfindet, beziehungsweise Zeit einfach eingespart wird. Das heißt, gerade das Zusammensuchen von Karteiinformationen oder Patienteninformationen in schriftlicher Form, die Sie mittragen, soll empfallen und vor allen Dingen nach dem Hausbesuch die Dokumentation durch die medizinische Fachangestellte, die dann entsprechend die Dokumentation in der Karteikarte nachträgt und auch die Abrechnungsziffern einträgt. Das wollen wir, ich will jetzt nicht sagen eliminieren, aber vereinfachen. So, wie könnte das aussehen, wenn man diesen Prozess digitalisiert? Im Idealfall verwenden Sie den Topo mit Terminkalender für die Terminierung. Das wäre ein wesentlicher Schritt. Dabei richten Sie sich eine Terminart Hausbesuch ein und setzen dort schon mal die Patienten drauf zu dem vereinbarten Termin. Die Termine werden automatisch an der Stelle zu Topo mit Mobil in Form eines iPads übertragen, also an diese Applikation. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen gleich noch. Sie führen dann ja quasi mit dem iPad, das Sie mitnehmen und bei sich tragen, den Hausbesuch durch und haben Zugriff auf alle Informationen. Sie brauchen also nichts schriftliches mal mitnehmen, sondern Sie können die Informationen dann vom iPad entnehmen zum Patienten, die komplette Karteikarte, alles, was Sie brauchen. Das zeige ich Ihnen auch gleich im Anschluss noch daran. Sie können dann unterwegs dokumentieren und auch Abrechnungsziffern eintragen, sodass eine Nachbearbeitung in der Praxis vollständig entfällt. Das wäre aus unserer Sicht ein sinnvoller und guter Weg, hier das Ganze effizienter zu machen und Zeitersparnis vor allen Dingen auch für die medizinische Fachangestellte zu erzielen. Ich zeige Ihnen jetzt mal das Produkt live. So sieht das aus. Wenn man das auf dem iPad gestartet hat, kann man hochkant oder quer nutzen. Und was Sie jetzt hier schon sehen, ist eine Geräte-ID. Mit dieser Geräte-ID können Sie im Turbo mit, verbinden Sie quasi das iPad mit Turbo mit. In dieser Geräteverwaltung ist dann auch festgelegt, welche Benutzer Zugriffe überhaupt über das iPad haben, welche Passwörter dort verwendet werden, um sich dann an der Stelle anzumelden. Das geschieht jetzt in diesem Fall. Ich habe jetzt hier noch die Möglichkeiten, einen entsprechenden User auszuwählen, wenn ich es nicht genauer definiert habe, eine Betriebsstätte. Und dann landen Sie direkt im Terminkalender. Und im Idealfall, das hatte ich ja eben schon beschrieben, hat die Arzthelferin oder die medizinische Fachangestellte, die Termine soweit vorbereitet, dass Sie hier schon im Terminkalender stehen und Sie eigentlich nur per Tastenklick bzw. an der Stelle per Fingerdip auf diese Daten zugreifen können. Dort oben sehen Sie jetzt hier eine Leiste. Da sind die unterschiedlichen Terminarten, die Sie aus dem Terminkalender in Turbo mit kennen. Sie haben die Möglichkeit, im Turbo mit Mobil jetzt den Kalender nach Tag, Woche oder Monat anzuzeigen. Hier macht es jetzt am meisten Sinn, das in Tagesform zu machen. Wenn es zu einem ungeplanten Termin kommt, den niemand vorbereitet hat, haben Sie auch die Möglichkeit, Termine jetzt hier an dieser Stelle manuell anzulegen. Einfach auf das Plus klicken, den Nachnamen des Patienten oder die ersten Teile davon eingeben und er zeigt Ihnen jetzt live alle Informationen an, die er aus Tho mitholt. Wir haben jetzt die Muster Carina ausgewählt. Der Termin, den wir jetzt gerade hier vereinbaren wollen, soll stattfinden am Montag, dem 24. August um 10.45 Uhr. Wird abgespeichert. Und das Schöne daran ist, dass das Ganze jetzt online geschieht. Das heißt, in diesem Moment ist dieser Termin auch im Terminkalender in der Praxis schon vergeben. Wenn man jetzt hier mal weiterblättert, auf dem Montag sieht man den Eintrag hier auch. Wir gehen aber jetzt einfach mal an der Stelle zurück auf den heutigen Tag, um von hier aus jetzt auf die geplanten Termine für heute zuzugreifen. Wenn ich den Termin anklicke, zeigt er mir auch gleichzeitig alle Patientenstammladen schon mal an. Manfred Mustermann. Das ist ein Privatpatient. Termin steht an für den 21.08. von 9.55 Uhr. Ich kann jetzt einfach auf den Namen klicken und in diesem Moment wird jetzt die Patienten-Karteikarte von Manfred Mustermann geladen. Hier stehen jetzt alle Stammdaten zur Verfügung. Oben links die Adresse zum Beispiel. Die könnten Sie jetzt auch einfach antitschen mit dem Finger und dann würde er eine Navigation auf dem iPad an der Stelle starten, so als Feature. Unten rechts sehen Sie kleine Pfeile. Das sind Registerkarten, die ich hier aufblättern kann. Hier zum Beispiel werden jetzt die Dauerdiagnosen oder grundsätzlich die Diagnosen des Patienten angezeigt. Die Medikamente, die im Medikamentenplan an der Stelle stehen, das sind alles Informationen, die hier auf den ersten Klick Finger-Dip zur Verfügung stehen. Interessant ist natürlich jetzt auch die Karteikarte, die Sie jetzt hier sehen. Die sieht ähnlich aus wie die in Turbomid. Das Einzige, was anders ist, der letzte Eintrag steht nicht unten, sondern oben. Das ist also umgekehrt. Was Sie hier jetzt schon sehen, ist, dass Sie Karteikartenfilter, die in Turbomid definiert sind, auswählen können, um letzten Endes einen Filter über diese Karteikarte zu legen. Und was man natürlich auch machen kann, ist, dass man entsprechend unterwegs Daten erfasst. Das dient das kleine Plus dort oben rechts. Und wir geben jetzt einfach mal einen Freitext an der Stelle ein. Das Beitrag ist jetzt hier an der Stelle eine Anamnese, die wir eintragen wollen. Tragen ein A ein und dann wird einfach über die Tastatur Patient klagt über Schmerzen eingetragen. Das ist ein Weg. Wer schnell ist, kann schnell eintragen. Wer langsam über das iPad tippt, da dauert es halt ein bisschen länger. Das ist nun mal so. Aber ich habe da einen Tipp für Sie. Sie können das noch etwas beschleunigen. Wir gehen noch mal wieder über das Pluszeichen, starten noch mal wiederum einen Freitext bzw. einen Textbaustein. Also was wir Ihnen hier anbieten, sind die Textbausteine, die Sie auch im Turbomid angelegt haben und dort auch in der stationären Dokumentation verwenden. Hier mal ein Beispiel. Ich springe jetzt hier rein und wähle dort weiter unten einen Sonografiebefund aus. Den brauche ich jetzt nur einfach auswählen. Der wird automatisch übertragen und mit Fertig wird er in der Kartallkarte gespeichert. Auch hier sehen Sie schon den Eintrag. Der letzte Eintrag steht oben. Ist jetzt automatisch in der Patientenkartallkarte in der Praxis schon gespeichert. Natürlich können Sie unterwegs auch eine entsprechende Diagnose eintragen. Dazu einfach die Diagnose auswählen. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, auf Ihre eigenen Listen der Diagnosen zuzugreifen, die Sie sich im Turbomid angelegt haben, damit Sie nicht alle Diagnosen angezeigt bekommen, die es im ICD-10-Stamm gibt. Da können Sie jetzt auf verschiedene Art und Weisen darauf zugreifen. Entweder blättern Sie so durch wie jetzt hier an dieser Stelle. Sie haben auch die Möglichkeit, die ersten Buchstaben einzugeben. Dann würde er das Ganze filtern. Wir wählen jetzt einfach mal die Eisenmangel-Animie aus. Als nächstes kommt die Frage nach der Diagnosensicherheit, also Verdacht auf, Ausschluss, Zustand nach. Und mit Fertig wird die Diagnose in der Karteikarte des Patienten gespeichert. Auch hier wieder automatisch in der Karteikarte in der Praxis abgelegt. So, was bleibt noch? An dieser Stelle Abrechnungsziffern einzutragen. Da es sich hier um Privatpatienten handelt, wird automatisch die GOE angeboten. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, eine oder mehrere Ziffern auszuwählen. Und mit dem Button Fertig wird auch jetzt hier die Abrechnungsziffern oder die Abrechnungsziffern übernommen, die jetzt in der Karteikarte gespeichert werden. Sie haben die Möglichkeit, hier Medikamente zu verordnen. An dieser Stelle auch hier wird die eigene Liste der Medikamente angezeigt, die Sie in Ihrem Tum mit gepflegt haben über viele Jahre hinweg. Ich wähle jetzt einfach die entsprechende Präparate aus. Habe auch die Möglichkeit, eine Tageslosierung noch anzugeben. Hier möchte ich jetzt einfach mal sagen, morgens eine davon zu nehmen. Die restlichen Felder lassen wir leer. Klicke auf Speichern und übernehme das Ganze jetzt in die Karteikarte. So, nochmal einmal aktualisieren, damit die Daten auch entsprechend übernommen werden. Okay, als nächsten Schritt haben wir jetzt hier an der Stelle die Möglichkeit, Formulare auszufüllen. Jetzt sind hier nicht alle 500 Formulare und mehr, die wir in Tomit haben, abgelegt, sondern nur die, die wichtig sind, sage ich mal, für den Hausbesuch. In diesem konkreten Fall verwenden wir jetzt mal ein Formular zur Krankenhausbehandlung. Sie sehen schon, das Formular wird im Original angezeigt auf dem iPad. Sie müssten jetzt noch die entsprechende Diagnose, die zugehörig ist, auswählen auf dem Formular. Das springt jetzt hier wieder in Ihre Diagnosenliste. Sie klicken auf Fertig, übernehmen das Ganze, nachdem Sie die entsprechende Diagnosensicherheit ausgewählt haben. Und jetzt sehen Sie gleich in der Karteikarte, sobald wir ja auf Fertig geklickt haben, dass dieses Formular auch hier dokumentiert ist. Dort sehen Sie es auch klein und symbolisch angezeigt. Wenn Sie da jetzt nochmal draufklicken, dann geht es wieder komplett auf. Auch in der Praxis liegt dieses Formular natürlich jetzt schon vor. So, was noch bleibt, ist, dass wir eine Funktion des iPads natürlich verwenden können, nämlich die Kamera. Zum Beispiel für eine Wunddokumentation oder um ein Schreiben in der Krankenkasse oder was auch immer dem Patienten vorliegt, abzufotografieren. Einfach die Kamera draufhalten, aufnehmen und eine entsprechende Textbeschreibung eingeben. Und soweit ich jetzt auf Fertig klicke, wird das Bild komprimiert und in die Praxis hochgeladen und natürlich dann auch hier in der Karteikarte angezeigt. Was Sie auch machen können, ist eine Sprachaufnahme, also eine reine Aufzeichnung von Sprache. Dazu haben wir einen Rekorder eingebaut, können Sie direkt ins iPad diktieren und wir übertragen dann diesen Audi-Inhalt auch wiederum hier in die Karteikarte in die Praxis. Eine super Funktion, wie ich finde, ist Siri auf einem iPad und warum nicht auch für die Dokumentation diese Funktionalität verwenden. Sie sehen unten auf der Tastatur das Siri-Zeichen und der eine oder andere, der es schon mal benutzt hat, auch um, weiß ich nicht, WhatsApps oder sonst irgendwas zu beantworten. Diese Funktionalität können Sie jetzt auch hier direkt in Tobin mobil verwenden, können also hier zum Beispiel an der Stelle direkt über Siri den Text erkennen lassen. Der Patient schafft es nicht mehr, in die Praxis zu kommen. Und dann wird das entsprechend auch automatisch verwendet, übertragen. So, das war der Part der Dokumentation. Was es noch gibt, ist natürlich das Laborblatt, also voller Zugriff auf alle Labordaten, die bei Patienten gespeichert sind. Sie können auch hier die Filter verwenden, die Sie in Tobin mit eingerichtet haben. Hier zum Beispiel komplett Zyto oder nur die Blutwerte anzuzeigen. Dementsprechend werden Werte ausgeblendet, die Sie an der Stelle im Filter nicht sehen möchten. Die Anzeige erfolgt grafisch, wie Sie sehen oder aber auch in Textform. Das können Sie sich aussuchen, wie auch immer Sie es haben möchten. Eine letzte Funktion, die ich Ihnen noch vorstellen möchte, ist, dass wir dort eine Auswahl von Statistiken direkt in Tobin mobil integriert haben. Hier zum Beispiel habe ich einfach die Möglichkeit, zeige mir alle Arzt-Patienten-Kontakte an. Das wird jetzt keine super Grafik werden, weil ich hier nur einen Patienten-Kontakt an diesem Tag in der Demonstration habe. Aber wenn Sie das im realen Einsatz haben, dann zeigt er natürlich alle Arzt-Patienten-Kontakte an, die Sie auch in der Praxis haben. Sie können auch eine Tagesliste damit generieren. Hier liegen jetzt keine Daten für meine Demo vor, aber auch hier könnten Sie zum Beispiel abends noch von zu Hause aus über Tobin mit mobil die Tagesliste kontrollieren, wenn das am Tag nicht mehr möglich war in der Praxis. Eine weitere Funktion, die sicherlich hilfreich ist, vor allem wenn Sie zu Hause sind oder aber auch unterwegs ist, ist ein Zugriff auf alle Patientendaten in der Praxis, ob jetzt beim Hausbesuch oder nicht. Sie können einfach die Patientensuche starten. In diesem Moment habe ich jetzt Muster eingegeben und alle Patienten werden aufgelistet, die in der Praxis unter dem Namen Muster abgespeichert werden und können so natürlich dann auch unterwegs oder von zu Hause im Notfall, wie auch immer, auf die Patientendaten zugreifen, auch wenn der Termin vorher nicht geplant war. Ein weiterer Punkt ist, dass wir Ihnen hier unter Aktuelles einen laufenden Stream anzeigen von aktuellen Informationen, die wir zur Verfügung stellen, was es gerade an Neuigkeiten gibt, was für Updates zur Verfügung stehen. So, und wenn ich das Ganze jetzt dann beende, der Hausbesuch ist abgeschlossen, melde ich mich in meinem Tobin mit mobil wieder ab und was uns jetzt hier an der Stelle noch bleibt, ist ein Blick mal auf die Karteikarte in Tobin mit, wie sich das darstellt, was wir hier an der Stelle unterwegs erfasst haben. So sieht das Ganze aus und hier sieht man jetzt auch schon bei den Einträgen, dass von der ersten Diagnose am 21.8., die wir eben hier manuell eingetragen haben, über die Anamnese der Patient klagt über Schmerzen, den Solo-Befund, was auch immer, da steht zwar jetzt hier nicht in sinnvollen Zusammenhang, aber das ist halt das, was wir eben eingetragen haben, bis hin zu dem letzten Eintrag. Sie erinnern sich, die Anamnese, die wir per Siri in Tobin mit mobil diktiert haben. So stellt sich das Ganze entsprechend dar. Ich will jetzt noch mal ganz kurz den Leistungsumfang beschreiben. Vielleicht ging das eben nicht so unbedingt in der Präsentation so schnell voraus. Sie haben vollständigen Zugriff auf den Terminkalender in Ihrem Tobin mit, das heißt, alle Termine werden gespiegelt. Sie haben die Möglichkeit, auch unterwegs Termine zu erfassen, die dann automatisch im Terminkalender in der Praxis angezeigt werden. Sie haben vollständigen Zugriff auf die Patientenakte, sprich auf die Außenseite die Stammdaten, aber auch natürlich die komplette medizinische Dokumentation innerhalb der Karteikarte. Sie haben Zugriff auf alle Laborwerte, die in Turbomit zum Patienten zugeordnet sind und können auch diese wiederum filtern. Sie haben Zugriff auf eine Auswahl von Formularen, die für den Hausbesuch an der Stelle sinnvoll sind. Das haben wir uns nicht nur ausgedacht, sondern wir haben auch 150 Anwender befragt. Welche Formulare braucht ihr? Und das Ergebnis sieht man jetzt an der Stelle in Turbomit. Sie können unterwegs mobil dokumentieren. Das ist, glaube ich, ein Schlüsselpunkt, sodass Sie auch unterwegs auf einfache Art und Weise und mit den Hilfsmitteln, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, in Form von Textbausteinen bis hin zu der entsprechenden Spracherkennung via Siri, die Dokumentation vollständig vornehmen können bis hin zur Abrechnung. Und dann kommen wir vielleicht noch zum Thema Datensicherheit. Sie haben das ja eben schon gesehen. Also Turbomit mobil funktioniert nur dann, wenn Sie online sind. Was Sie genau dafür brauchen, sage ich Ihnen gleich nochmal. Aber wichtig ist, auf diesem iPad wird nichts gespeichert und Bedingung ist, dass Sie mit Ihrer Praxis wie auch mit dem iPad mobil unterwegs mit dem Internet verbunden sind. Sie brauchen, also rein technisch stellen wir über einen Kommunikationsserver automatisch über die Geräte-ID eine VPN-Verbindung sicher. Dann brauchen Sie letzten Endes nichts weiter zu machen, als nur die App zu starten und diese Mechanismen greifen dann im Hintergrund. Und das bietet natürlich einen entsprechenden Komfort für Sie. Und auf der anderen Seite ist es auch durch die Verschlüsselung absolut sicher. Der Leistungsumfang umfasst auch entsprechende Statistiken. Natürlich nicht alle Statistiken, die auch im Turbomit stationär vorhanden sind, sondern nur eine entsprechende Auswahl. Aber auch hier arbeiten wir ja ständig an den Produkten. Und da weiterhören Sie jetzt, wie Sie sich einen Überblick darüber verschaffen können, was es für Produkte bzw. Statistiken an der Stelle schon gibt. Das sage ich Ihnen gleich auch noch. Es gibt Voraussetzungen, die habe ich jetzt gerade schon mal angesprochen, die dringend notwendig sind und damit letzten Endes dieses Produkt erfolgreich eingesetzt werden kann. Ich sage das eben schon mal, auf dem iPad ist nichts gespeichert außer die App. Das machen wir aus Datenschutzgründen. Falls das iPad verloren geht, geklaut wird, was auch immer, hat niemand die Möglichkeit, hier auf Patientendaten zuzugreifen. Es gibt also an der Stelle dann keine Datenpanne. Sie können sofort bei Verlust in Turbomit das Gerät sperren. Damit ist dann eine Verbindung komplett ausgeschlossen, falls denn letzten Endes auch noch die Benutzerdaten abhandengekommen sein sollten. Also Bedingungen dafür, dass Turbomit überhaupt Turbomit mobil funktioniert, ist, dass der Praxisserver oder ein dedizierter Arbeitsplatz dauerhaft mit dem Internet verbunden ist und ganz wichtig, er muss auch dauerhaft durchlaufen. Darf also jetzt nicht am Wochenende runtergefahren werden. Ist der Rechner ausgeschaltet, können Sie mit Turbomit nicht zugreifen. Das muss Ihnen einfach nur an der Stelle bewusst sein. So, dann gibt es gewisse Regeln bzw. Ports, die freigeschaltet werden müssen für eine Firewall, wenn sie denn eingerichtet ist. Das ist jetzt hier alles sehr technisch, ist aber auch durchaus gut dokumentiert und auch für einen ambitionierten Netzwerker selber zu schaffen. So, und was Sie natürlich dann noch brauchen, ist ein Apple iPad. Das Produkt läuft nur auf Apple iPad. Wir überlegen zwar auch noch, das Ganze auf Android umzusetzen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es nun mal so. Und empfehlen würde ich Ihnen jetzt für den Einsatz nicht unbedingt das größte iPad mitzuschleppen, sondern eigentlich ein iPad Mini hat sich hervorragend bewährt im Einsatz. Das hat ja ein angenehmes Format in Form eines, sage ich jetzt mal, DIN A5 Blattes. Das dann aber auch mit einem entsprechenden Zellularmodul, sprich mit einer eigenen SIM-Karte auszustatten, gibt es mittlerweile recht kostengünstig mit entsprechenden Datenvolumina. Das eignet sich nach unseren Erfahrungen wirklich sehr, sehr gut. Die Vorteile, glaube ich, sind vorhin in der Präsentation schon mal aufgetaucht. Also Sie haben eine große Zeitersparnis im gesamten Praxispersonal, sowohl in der Vorbereitung der Arzt, der Hausbesuche oder der Besuche im Altenheim, wie auch vor allen Dingen in der Nachbereitung. Die Dokumentation ist abgeschlossen, sobald der Arzt den Hausbesuch abgeschlossen hat. Sie sind absolut flexibel mit dem Produkt im Einsatz. Dadurch, dass es online verbunden ist, haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Daten, die Sie in Turbomet in der Praxis abgelegt haben. So kann also auch bei einem ungeplanten Besuch oder bei einem Notfall das Produkt beziehungsweise Turbomobil genutzt werden. So und Sicherheit, dazu hatte ich mich ja gerade schon mal geäußert, keine vertraulichen Patientendaten werden auf dem Gerät gespeichert. Damit besteht kein Risiko einer Datenschutzpanne bei Verlust. Auch hier die Installation und Konfiguration eigentlich recht einfach. Sie müssen einmal die Modulverschaltung in Turbomet eintragen. Die bekommen Sie dann, wenn Sie das bestellt haben. Da muss ein sogenannter Turbomet-Mobil-Stick am Server installiert werden. Das ist ein USB-Stick, der für die verschlüsselte Verbindung, sprich den Aufbau der VPN-Verbindung zu unserem Server, zu unserem Kommunikationsserver aufbaut. Was Sie dann noch machen müssen, ist natürlich im Vorfälle sich ein iPad beschaffen. Vielleicht haben Sie auch noch eins. Müssen Sie sich dann einmal die Turbomet-Mobil-App aus dem App Store installieren. Und das ist eine Empfehlung, die ich Ihnen grundsätzlich mal geben möchte. Machen Sie das, wenn Sie ein iPad haben, weil dann können Sie dort einen Demo-Modus starten. Den befinden Sie nach der Installation unten links. Und dann verbinden Sie sich automatisch mit einem Demo-Server, der bei uns im Rechenzentrum steht. Und da können Sie alle Funktionen in Turbomet-Mobil vollständig ausprobieren. So, wenn Sie dann letzten Endes die Installation vorgenommen haben, muss jetzt noch das iPad einmal mit der Turbomet-Geräteverwaltung registriert werden. Und auch hier gilt wiederum, in der Gebrauchsanweisung ist genau unter dem Stichwort Turbomet-Mobil beschrieben, welche Schritte für die Einrichtung wichtig sind und wie Sie sie auch selber fortnehmen können. Turbomet-Mobil kostet einmalig 399 Euro für die Praxis inklusive einem Arzt, der schon Zugriff hat und 16 Euro Softwarepflege. Dafür betreiben wir im Hintergrund dann auch die ganze VPM-Infrastruktur für Sie, sodass Sie dort nichts manuell konfigurieren müssen. Wenn Sie weitere Nutzer haben wollen, Sie können beliebig viele iPads einsetzen. Sie könnten zum Beispiel auch MFAs mit einem iPad ausstatten in Form einer Vera, die unterwegs ist und entsprechende Dokumentationen nimmt oder wie auch immer die Bezeichnung in anderen Bundesländern lauten. Haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Erweiterungen zu kaufen. 199 Euro einmalig und für den monatlichen Betrieb 8 Euro. So, wichtig hier auch nochmal der Hinweis darauf, dass Apple iPad müsste mindestens ein iOS 12 als Betriebssystem installiert haben. Sie brauchen einen Internetzugang via WLAN und wenn Sie das Haus verlassen per Mobilfunknetz. Das ist dringend Voraussetzung, damit das Ganze funktioniert und natürlich muss die Praxis mit dem Internet verbunden sein. Alle Preise auch hier wieder rein netto plus Mehrwertsteuer. So, beziehen können Sie das Ganze bei Ihrem zuständigen Vertriebs- und Servicepartner, der in Ihrer Region ansässig ist. Und ja, das war es dann auch mit der Vorstellung meines zweiten Produktes mit Tobo Midmobil. Und an dieser Stelle freuen wir uns natürlich, wenn Sie sich für eins dieser beiden Produkte entscheiden. Und bevor Sie sich entscheiden, können Sie natürlich jetzt noch im Chat jede Menge Fragen stellen, die wir schnellstmöglich beantworten werden.